Deine Google-Suchhistorie allen zeigen oder deine Chat-Verläufe. Nie wieder Nachtisch essen oder jeden Tag um sechs aufstehen müssen. Deinen Sohn Otto oder Harald nennen. Für immer Sächsisch oder Bayerisch reden müssen. Für immer unten ohne oder oben ohne Leben. Nie wieder die Haare oder die Fingernägel schneiden. Dein Handy zerstören oder deinen besten Freund schlagen. Nie wieder Toilettenpapier benutzen oder deine Hände nicht mehr waschen. Dauerhaft singen oder dauerhaft tanzen müssen. Den ganzen Tag RTL oder Phoenix gucken. Und da auch wir. Untertitelung des ZDF, 2020